hi leute und willkommen zu einer neuen folge zu der gleichen folge fort wir hatten gerade ein lavapack opening gemacht und jetzt gehen wir in battle royale rein ich bin zu aufgeregt die welt wird nie wieder dieselbe sein season 4 beginnt jetzt fortnight season 4 beginnt so leute da sind wir es sieht schon mal richtig geil aus leute ich kaufe jetzt direkt den battle pass erwärmen so wir gehen mal durch hier richtig coole skins also gibt es hier geile sachen was ich mir gegen den kopf das sieht richtig gut aus was ist das denn alter das ist immer richtig geil aus respekt also kann man ja mal machen der hype ist das das leute das ist ja wirklich das beste das ist das Alter. Okay, Leute. Oh, ich rüsse ich gleich mal den aus, weil der irgendwie voll krass aussieht. Was habe ich das... Ah, Dynamit und... Ja, okay, die sind jetzt vielleicht nicht so cool, aber... Oh, Ladebildschirm habe ich noch. Fuck, das hält die mich. Oh Gott, gibt's hier viele schon wieder. Okay, Leute. Es ist eingere... Oh mein, was gibt's denn hier? Das ist aber cool. Alter. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst euch gerne mal eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Nee, nee, nee! Okay, Const disput dann so is, ほg,